Hulala, bei diesem Foto bleibt nicht viel der Fantasie überlassen. Nazan Ekes verweilt momentan auf Mallorca und bringt nicht nur ihre Fans mit diesem Schnappschuss völlig aus der Fassung. In einem figurbetonten Wickelkleid mit Tigerprint sieht die 43-Jährige einfach hinreißend aus. Der tiefe Ausschnitt und der kurze Rock tun dabei ihr Übriges, doch wenn es eine tragen kann, dann ja wohl die schöne Kölnerin. Mit diesem Traumkörper hat sich die Zweifach-Mama zuletzt bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer getanzt. Und auch das Make-up der schönen Moderatorin ist hier ein echter Volltreffer. Die Smoky Eyes verleihen ihrem animalischen Look etwas Geheimnisvolles. Und auch die leicht gewählten Haare passen zu dem Raubtieroutfit. Der verträumte Blick und die passende Modelpose machen die Aufnahme perfekt. Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und überschütten Nazan mit Lobeshymnen. Hot, 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 das steht dir so gut, dass du gazellenhaft daherstehst oder unglaublich wie perfekt es sitzt. Ein Fan ist sogar der Meinung, wow, schönste Frau im deutschen Fernsehen. Na wenn das mal kein Lob ist. Der Raubtier-Look scheint es der Zweifach-Mama aber auch selbst angetan zu haben, denn erst vor kurzem präsentiert sie sich in diesem sexy Leoparden-Badeanzug. Dass sie mit diesem Look nicht nur ihren Fans, sondern auch Ehemann Julian den Kopf verdreht, steht wohl außer Frage.